Und heute hat es mich hierher verschlagen, auf den Kerbeplatz im weltberühmten Elzheim. Hier hätte am Muttertagswochenende die große Elzheimer Kerb stattgefunden. Wir verlagern das Ganze jetzt einmal zu euch nach Hause. Gemeinsam mit Wolf Leitz Veranstaltungstechnik, Christian Hatemar und den Elzheimer Shoppes kommen wir zu euch ins Wohnzimmer mit einem Top-Programm und viel, viel, was wir für euch vorbereitet haben. Wir haben Burger, wir haben Cocktails, wir haben Wein und was Süßes, Crêpes. Das alles bringen wir zu euch nach Hause vorbei. Alle Infos findet ihr auf www.elzheimer-kerb.de. Wer jetzt schon vorbestellen möchte, einmal hier entweder per Telefon oder WhatsApp oder per E-Mail. Am 7. und 8. Mai haben wir auch für euch ein Top-Bühnenprogramm vorbereitet. Freitagabend ab 20 Uhr kommt die Band Jams zu euch ins Wohnzimmer. Samstagabend ab 20 Uhr die Coverband Extraordinary. Abgerundet wird an beiden Abenden von keinem anderen DJ-Duo wie Beat Mission. Schaltet ein und seid mit dabei bei diesem geilen Livestream. Ich freue mich auf euch.